Einer Markettenderin und drei Funktionieren zu der Begrüßung des Herrn Stadtrats eingetreten. Herzlichen Dank, freue ich, dass ihr dabei seid. Das wäre das erste Bier für euch natürlich. Habt ihn. Obersetzten Dank. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich hoffe, es können mich alle hören. Wir haben heute unsere Eröffnung des Oktoberfestes. Wir freuen uns, dass Herr Hanke die Zeit gefunden hat, heute hier ein Freibier an jeden Gast, der sich hier einmal anstellt, ausgeben zu können. Wir haben auch eine Weißwurst mitgebracht, direkt aus München. Die geht es dann da hinten in der Ecke. Einmal gratis vom Brauhaus. Herzlichen Dank nochmal an unser Brauhaus-Team. Und ich wünsche Ihnen heute viel Spaß, heute Abend bei der Eröffnung des Oktoberfestes, zusammen mit dem wilden Herzbogen. Juhu! Juhu! Es ist mir eine besondere Ehre, heute Sie in die Oktoberfestzeit zu schicken. Und wir hoffen alle, der Herr Sackel und ich und das Spandauer Brauhaus, dass Sie ein schönes Oktoberfest nicht nur hier erleben, sondern die ganze Oktoberfestzeit schön begehen. Am besten natürlich immer wieder hier im Brauhaus, wenn Sie dann schöne Stunden verleben würden. Und Herr Sackel, ich muss Ihnen sagen, es ist Ihnen wieder hervorragend gelungen hier. Vielleicht mal einen Applaus, meine Damen und Herren, was Sie brauchen. Manche haben hier wieder... Die Saison ist eröffnet. Und jetzt werden wir das Freibier anschlagen. Drei! Zwei! Eins! Zwei! 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 Prost, Prost, Prost!